Heute vergleiche ich das Samsung Galaxy A20e mit dem Galaxy M11. Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich vergleiche die Unterschiede der Fakten von beiden Geräten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Design Beim Punkt Design ist das Galaxy A20e mit 49 zu 47 Punkten sehr knapp vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 0,7 Millimeter dünner, 6,8 Millimeter schmaler, 14,2 Millimeter kürzer und 23% geringeres Volumen. Bildschirm Beim Punkt Bildschirm ist das Galaxy M11 mit 30 zu 29 Punkten haarscharf vorne. Es sticht hier durch folgenden Vorteil heraus. 10,3% größere Bildschirmgröße. Das Galaxy A20e kann auch punkten und hat folgenden Vorteil. 10,4% höhere Pixeldichte. Leistung In der Kategorie Leistung gewinnt das Galaxy A20e eindeutig mit 85 zu 74 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. Nutzt BIG, LITTLE Technologie, 0.1 neuere Version von OpenGL S und 18,6% höheres Benchmarkergebnis. Das Galaxy M11 kann auch punkten und hat folgende Vorteile. 27% schnellerer Prozessortakt, 1 GB mehr Arbeitsspeicher und 32 GB mehr interner Speicher. Kameras Bei der Kategorie Kameras ist das Galaxy A20e mit 47 zu 46 Punkten haarscharf vorne. Das Galaxy M11 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. 11,1% mehr Megapixel der Hauptkamera und 5,3% größere Blende bei minimaler Brennweite. Audio In der Kategorie Audio sind beide Produkte ebenbürtig mit 58 Punkten. Es gibt hier keine grundlegend abweichenden Produkteigenschaften. Akku Bei der Kategorie Akku gewinnt das Galaxy M11 sehr knapp mit 65 zu 63 Punkten. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil. 1,7-fach mehr Akkuleistung. Eigenschaften In der Kategorie Eigenschaften ist das Galaxy A20e mit 78 zu 71 Punkten deutlich vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. Unterstützt NFC, hat ein Gyroskop und hat einen Kompass. Das Galaxy M11 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil. Dreifach schnellere Uploads. Ergebnis Mit 52 Punkten liegt das Samsung Galaxy A20e in der Gesamtwertung deutlich vor dem Samsung Galaxy M11 mit 44 Punkten. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon Bewertungen und Preise zu beiden Handys. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Falls euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen unbedingt wissen für welches Produkt ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.